Musik Syrer zückte Schraubenzieher im Stephansdom. Außerdem Sänger Gil Offerim geschieht Lüge. Ein Arbeitgeber darf das Kopftuch verbieten. Ja, und Corona ist im Abwasser nachzuweisen. Und zwei Jahre unbedingt für IS-Fanatiker. Das und mehr sind meine Themen heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, zwei junge, bereits einschlägig vorbestrafte Anhänger des IS im Alter von 17 und 18 Jahren sind heute Mittag am Wiener Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung Versuch der schweren Körperverletzung und Vergehen gegen das Waffengesetz zu jeweils zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Wir haben jetzt alle Hintergründe für Sie. Zwei Jahre unbedingt für IS-Terroristen. Bei dem Terrorprozess in Wien mussten sich diese Woche zwei Jugendliche vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Am Dienstag wurden beide dann zu jeweils zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Die beiden Jugendlichen sind bereits einschlägig vorbestrafte Anhänger der radikal-islamistischen Terrormiliz IS. Vor Gericht mussten sie sich nun erneut wegen terroristischer Vereinigung, versuchter schwerer Körperverletzung und Vergehen gegen das Waffengesetz verantworten. Der 17-Jährige wurde zudem in ein sogenanntes forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Maßgeblich dafür war ein psychiatrisches Gutachten, das dem 17-Jährigen eine schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung in Verbindung mit einer düsteren Gefährlichkeitsprognose bescheinigt hatte. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Ein Syrer soll zwei Männer im Stephansdom bedroht haben. Der Mann ist schon am Vortag aufgefallen. Schon da soll er die Messe gestört haben. Da der Syrer auch sehr aggressiv ist, konnte man ihn nicht wirklich vernehmen. Mit einem Schraubenzieher soll ein 29-jähriger syrischer Staatsangehöriger zwei Männer im Alter von 34 Jahre im Wiener Stephansdom bedroht haben. Einem der beiden Angestellten der kirchlichen Einrichtung war der Mann bereits einen Tag zuvor aufgefallen, da dieser die Heilige Messe störte. Er soll mit dem Werkzeug angedeutet haben, den Aufsehern die Kehle aufzuschlitzen. Nachdem einer der beiden die Polizei verständigte, flüchtete der 29-Jährige. Polizisten der Polizeiinspektion Brandstätte nahmen der Mann am Stephansplatz fest. Der Schraubenzieher wurde sichergestellt. Das Motiv ist bislang unklar. Eine Vernehmung war wegen des aggressiven Verhaltens des Beschuldigten bislang nicht möglich. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Und wir blicken nach Deutschland. Es war alles eine Lüge. Der Sänger Gil Opharim hat die Antisemitismus-Vorwürfe gegen das Leipziger Hotel Westin erfunden. Der Sänger gab am Dienstag vor Gericht zu. Die Behauptung, wegen seiner Davidstern-Kette im Hotel abgewiesen worden zu sein, es war einfach gelogen. Gil Opharim gesteht Lüge. Es tut mir leid. Im Prozess rund um den angeblichen Antisemitismus-Skandal hat Gil Opharim jetzt zugegeben, dass der Vorwurf, er sei wegen seiner Davidstern-Kette im Hotel Westin in Leipzig abgewiesen worden, gelogen war. Das Verfahren wurde eingestellt. Der 41-Jährige muss einen Geldbetrag in Höhe von 10.000 Euro zahlen, sagt der Vorsitzende Richter am Landesgericht Leipzig am Dienstag. Vor Gericht zeigt sich Gil Opharim am Dienstag reumütig. Die Vorwürfe treffen zu, gestand er und meinte an den Hotelmanager gerichtet, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Mit diesen Worten bekannte sich Opharim schuldig, der Verleumdnung und falscher Verdächtigung. Der Hotelmanager, der auch als Nebenkläger auftrat, akzeptierte Opharims Entschuldigung. Das Verfahren gegen Gil Opharim werde nun unter einer Geldauflage eingestellt. Die Kammer ist davon überzeugt, dass das heutige Geständnis des Angeklagten der Wahrheit entspricht, sagt der Vorsitzende Richter Andreas Stadler. Der Angeklagte und der Nebenkläger hätten sich geeinigt. Der Weg der Schadenswiedergutmachung wurde eingeschlagen und die Verbindlichkeit des Rechts gewährleistet. Durch die persönliche Entschuldigung des 41-jährigen Sängers sei die Rehabilitierung des Hotelmanagers wirkungsvoller als durch ein Urteil. Zudem habe der Sänger im Zusammenhang mit dem Geschehen erhebliche Nachteile erlitten. Anfang Oktober 2021 hatte der Musiker in einem Instagram-Video schwere Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Manager des Leipziger Hotels erhoben. Opharim sollte seinen Davidstern abnehmen, erst dann dürfte er einchecken, soll der Mann nach Darstellung des Sängers gesagt haben. Das Video hatte sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken verbreitet. Nach umfangreicher Ermittlung der Staatsanwaltschaft folgte jedoch eine Anklage gegen Opharim selbst. Das Verfahren gegen den Hotelmanager wurde eingestellt. Und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat entschieden, ein Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmerinnen ausnahmslos verbieten, auch bei der Arbeit ein Kopftuch zu tragen. Egal, ob sie einen Kontakt mit Kunden haben oder auch nicht. Bedinnung sei zudem auch, dass sich die Regelung auf das absolut Notwendige beschränke. Eigentlich hatte der EUGH zur Frage des Tragens religiöser Zeichen am Arbeitsplatz bereits 2017 entschieden. Nun hat er seine Rechtsprechung bestätigt, wie zuerst die Presse berichtete. Anlass dafür, dass die Frage neu aufgeworfen wurde, war ein Fall in der belgischen Gemeinde Anz. Sie hatten einer muslimischen Bediensteten untersagt, am Arbeitsplatz ein Kopftuch zu tragen. Die Frau arbeitete als Büroleiterin weitgehend ohne Kundenkontakt. Die Gemeinde schärfte deswegen ihre Arbeitsordnung nach. Jede Form des Tragens auffälliger Zeichen weltanschaulicher oder religiöser Zugehörigkeit war an den Bediensteten untersagt, egal ob Innendienst oder nicht. Die Betroffene fühlte sich in ihrer Religionsfreiheit beschnitten und klagte deswegen am Arbeitsgericht Lüttich. Dieses wandte sich an den EUGH, der entscheiden sollte, ob die Regeln der Gemeinde Anz im Sinne des EU-Rechts sind. Die klare Antwort aus Luxemburg lautete, nein, eine Politik der strikten Neutralität, wie sie die belgische Gemeinde verfolgte, um zu verhindern, dass Anhänger von Religionen auf Anders- oder Nichtgläubige Druck ausüben, sei rechtmäßig und sachlich gerechtfertigt. Daraus ergebe sich auch, dass der Arbeitgeber das Tragen sichtbarer religiöser Zeichen während der Dienstzeiten und am Arbeitsplatz komplett untersagen kann. Das Gericht betonte, dass die Regel für alle Religionen und Weltanschauungen in kohärenter und systematischer Weise gelten muss. Wer islamische Kopftücher verbieten will, muss also etwa auch die jüdische Kippa und deutlich sichtbare christliche Kreuze verbannen. Wenn wir wissen wollen, wie es um die Corona-Situation in Österreich steht, ist das Abwassermonitoring, also die Überwachung der Corona-Konzentration im Abwasser sehr nützlich. Zurzeit wurde ein Rekordwert gemessen. Nach Abschaffung von Quarantäne, Meldepflichten und Gratistests ist es das zuverlässigste Mittel, um die Viruslast im Land zu erheben. Das Abwassermonitoring, sprich die systematische Erfassung der Corona-Konzentration im Abwasser. Und diese spricht eine deutliche Sprache. Mit Ende November wurde ein Allzeitrekord erreicht. Dass die Virenlast im Abwasser in der Vergangenheit in der Regel mit der Zahl positiver Corona-Tests einherging, zeigt die Grafik. So ist es auch nach Auslaufen von Meldepflicht und Gratistests naheliegend, dass sich die Zahl der tatsächlich Infizierten aktuell in Lichten höher bewegt. Immerhin wurde das Abwassermonitoring zuletzt auf 48 Kläranlagen ausgeweitet, wodurch laut Gesundheitsministerium rund 58 Prozent der Bevölkerung erfasst sind. Auf den Abwasserwerten basierende Schätzungen ergeben etwa für Tirol, dass derzeit bis zu 4 Prozent der Gesamtbevölkerung mit Covid infiziert sind. Wie der Molekularbiologe Ulrich Elling auf X darlegt. Auch wenn in der Bundespolitik keine Rede davon ist, hat die aktuelle Corona-Welle regional bereits zu ersten verschärften Maßnahmen geführt. Der Wiener Gesundheitsverbund hat nun in all seinen Einrichtungen eine Testpflicht für symptomatische Patientinnen und Patienten erlassen, auch wenn es sich nur um milde Symptome handelt, heißt es am Dienstag. Positiv Getestete werden isoliert und standardisiert behandelt. Für das Wiener Gesundheitsverbund Personal sind bei Kontakt mit positiv Getesteten oder Verdachtsfällen Schutzmaßnahmen wie etwa Masken vorgesehen. Bereiche mit vulnerablen Patienten werden besonders geschützt. Allgemein besteht freilich keine Pflicht zum Tragen von Maske beziehungsweise zu Covid-Tests, wie der Wiener Gesundheitsverbund betont. Hier knüpft Molekularbiologe Elling an. Er betont zwar, dass Viruslast im Abwasser nicht gleich Krankheitslast im Land ist und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass Zweit- oder Mehrfachinfektionen sich nun nicht mehr so sehr auswirken. Dennoch plädiert er etwa zu mehr Mut zur Maske und eine verstärkte politische Kommunikation zur Erhöhung der Durchimpfungsrate. Einfach liken und teilen, das dauert auf Social Media ein paar Sekunden. Ja, das kostete einen Linzer 15.000 Euro. Schauen Sie mal. Ein wenig überlegter Klick auf das Teilensymbol in den sozialen Medien und es kann sehr teuer werden. Das musste ein 60-Jähriger aus Linz am eigenen Leib erfahren. Denn während der Corona-Pandemie im Jahr 2021 ließ sich Herwig Bachmeier dazu hinreißen, ein Foto eines Polizisten auf einer Corona-Demo auf Facebook zu teilen. Angeblich soll besagter Polizist auf der Demo in Innsbruck einen 82-jährigen Mann geschlagen haben. Bald darauf flatterte die erste Klage ins Haus Bachmeiers. Ich habe 60 Jahre alt werden müssen, dass mir so etwas passiert, ärgert sich Herwig Bachmeier über sich, aber auch über den findigen Anwalt und dessen Klient, die dem Linzer nun schon seit zwei Jahren das Leben schwer machen. Denn der Polizist, der niemanden geschlagen hatte, klagte hunderte Menschen, die den Beitrag geteilt haben. Und das, obwohl der Mann auf dem Bild gar nicht zu erkennen sei, wundert sich Bachmeier. Dass er das Posting geteilt hat, bereut der 60-Jährige heute. Das war blöd, das weiß ich jetzt, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, ich habe mich weder mit dem Inhalt identifiziert, noch meine Meinung geäußert, so der Oberösterreicher. Im Sommer 2022 zahlte er eine 70-Euro-Strafe und hält die Angelegenheit damit für erledigt. Doch schon bald flatterte die nächste Klage ins Haus, wegen Verleumdung. Zu Bachmeiers Freude wurde er vor Gericht in allen Anklagepunkten freigesprochen. Doch nur einen Tag später findet der Linzer die nächste Klage im Postfach. Diesmal muss sich Bachmeier in Innsbruck verantworten, wird schuldig gesprochen und muss insgesamt 15.000 Euro bezahlen. 2.500 Euro gehen an den Polizisten, der Rest auf die Konten der Anwälte. Herwig Bachmeier hat die Strafe bezahlt, würde nun aber am liebsten zum Gegenschlag ausholen und gegen die Kläger vorgehen. Pro Bono also unentgeltlich, wenn sich eine Kanzlei findet. Ja, auf TikTok sieht man oft die ersten Dinge. Manche Jugendliche werden für Klicks sogar kriminell. Sechs Burschen waren in Graz vor Gericht. Sechs Burschen hatten in der Steiermark gezündelt, um mit den Videos auf TikTok Aufmerksamkeit zu erregen. Doch sie erregten auch die Aufmerksamkeit der Polizei und wurden geschnappt. In Graz standen sie nun vor Gericht und zeigten sich rollmütig. Vier der sechs Jugendlichen waren am Mittwoch pünktlich, wobei ein 17-Jähriger aus der U-Haft vorgeführt wurde. Der fünfte Angeklagte stolperte mit zehnminütiger Verspätung in den Verhandlungssaal und der Haupttäter erschien offensichtlich stark illuminiert, sowieso gleich eine halbe Stunde zu spät. Worum ging es? Anfang des Jahres sollen sich die Burschen in Köflach, Bezirk Voitsberg ausgetobt haben. Sie waren ja voller Zerstörungswahn, fasste Richter Reimund frei zusammen. Sie warfen ein Holzkreuz aus dem dritten Stock auf ein geparktes Auto, schlugen einen PKW mit einem Zaunpfahl ein, warfen eine Bronzestatue der Gemeinde um und randalierten in einer Schule. Zudem wurde eingebrochen und es wurden mehrere Brände gelegt. Die Burschen, die großteils aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, sind räumütig. In der Gruppe hätte es halt so eine Dynamik gegeben. Jetzt wollen sie aber arbeiten gehen. Für zwei Jugendliche wurde vertagt. Die anderen kamen mit 80 und 60 Stunden Sozialarbeit bzw. Bewährungsstrafen in der Höhe von acht und zehn Monaten davon. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Und Menschen, die nach dem Jahr 2009 in Neuseeland auf die Welt kamen, dürften eigentlich lebenslang keinen Tabak kaufen. Das war der Plan, doch dieses Gesetz soll wieder fallen. Es war ein weltweit bisher einzigartiges Gesetz. Neuseeland hat im Jahr 2022 das härteste Gesetz gegen die Tabakepidemie eingeführt. Das Land sollte bis 2025 rauchfrei sein. Neuseeländer, die am oder nach dem 1. Jänner 2009 geboren wurden, würden nie Zigaretten kaufen dürfen. Doch genau dieses Gesetz soll nun wieder fallen. Am Montag kündigte der konservative Ministerpräsident Chris Lexon an, Teile der drastischen Anti-Tabak-Gesetze der linken Vorgängerregierung kippen zu wollen. Mit diesem Schritt will die Koalition Steuersenkungen finanzieren. Das Gesetz, das unter der vorherigen Regierung von Jacinda Ardern eingeführt wurde, hätte im nächsten Jahr den Verkauf von Zigaretten an alle, die nach 2009 geboren wurden, verboten. In Neuseeland ist das Rauchen die Hauptursache für vermeidbare Todesfälle und die Politik zielte darauf ab, junge Generationen davon abzuhalten, diese Gewohnheit anzunehmen. Doch unter der neuen Regierung sind Steuereinnahmen wichtiger als Menschenleben. Die Nationale Maori-Gesundheitsorganisation forderte die neue Regierung auf, die Aufhebung der Gesetze zu überdenken. Und wir blicken wieder nach Österreich. In Wien-Wieden soll ein 30-jähriger Algerier seine Ex-Freundin mit dem Umbringen bedroht haben. Ja, auch körperlich wurde der Mann gewalttätig. Die Sondereinheit Weger hat den amtsbekannten Algerier in seiner Wohnung festgenommen. Seit der Trennung im September 2023 soll ein 30-jähriger algerischer Staatsangehörige seine 31-jährige Ex-Lebensgefährtin gegen ihren Willen unzählige Male angerufen und ihr aufgelauert sein. Am Montag soll er ihr das Mobiltelefon weggenommen, sie heftig an den Oberarmen gepackt und mit dem Umbringen bedroht haben, woraufhin die Frau Anzeige erstattete. Beamte der Sondereinheit Weger nahmen den wegen Gewaltdelikten amtsbekannten Beschuldigten in seiner Wohnung fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 30-Jährige bestreitet die Vorwürfe über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. In Indien sind heute nach 17 Tagen zunächst zwei von 41 Arbeitern aus einem eingestürzten Autobahntunnel befreit worden. Die Männer wurden auf Rollbahntragen ins Freie geholt. Die Arbeiter stecken seit dem 12. November in dem 4,5 Kilometer langen Autobahntunnel fest, der nach einem Erdrutsch während der Bauarbeiten teilweise auch eingestürzt ist. Die indischen Behörden erklärten am Dienstag, sie seien kurz davor, die 41 Arbeiter zu retten, die seit 16 Tagen unter den Trümmern eines eingestürzten Tunnels gefangen waren. Es sei gelungen, ein Rohr von rund 90 Zentimetern Durchmesser durch das Geröll zu bohren, sagte der Regierungschef des Bundesstaates Uttarakhand am Dienstag. Die letzten Meter mussten die Retter mit der Hand und kleinen Werkzeugen weitergraben, weil alle Maschinen, darunter auch ein Spezialbohrer, versagt hatten. Nun sollen die Männer durch die Röhre ins Freie gebracht werden. Bereits mehrere Krankenwagen stehen vor dem 4,5 Kilometer langen Autobahntunnel bereit. Der Regierungschef hatte bereits am Dienstag früh angekündigt, dass der Durchbruch bald erwartet werde. Der Tunnel war am 12. November während des Schichtwechsels teilweise eingebrochen. Glücklicherweise überlebten alle das Unglück. Mehrfach hatten die Behörden versichert, dass es nicht mehr lange dauern werde, bis alle Eingeschlossenen gerettet seien. Ja, und wir wechseln völlig das Thema. Denn Amira Pocher und ihr Bruder Ibrahim, die plaudern sich in ihrem neuen Podcast Liebesleben, ja, den Frust von der Seele. In der jüngsten Folge erzählt sie, dass sie am liebsten ihre Ruhe haben will. Amira Pocher, lasst mich alle in Ruhe. In der neuesten Folge ihres neuen Podcasts Liebesleben lässt Amira Pocher tief in ihre Seele blicken. Und wie die 31-Jährige zugab, zieht sie sich nach dem Eheaus mit Oliver Pocher immer mehr zurück. Nach dem Eheaus ging auch die Podcast-Zusammenarbeit mit Oliver Pocher in die Brüche. Seitdem plaudert Amira Pocher mit ihrem Bruder Ibrahim, genannt Hima, über die Dinge, die sie bewegen. In der neuesten Folge lässt die 31-Jährige Einblicke in ihren derzeitigen Gemütsstand zu. Auf die Frage ihres Bruders, wie ihre Woche war, erklärte Amira, wird nicht langweilig. Dabei wäre ihr einfach mal nur nach Ruhe, wie sie weiter ausführte. Und auch Hima fiel auf, dass sich seine Schwester zuletzt immer mehr zurückziehe. Warum lädst du nicht mal Freunde ein? fragt er. Ihre Reaktion? Wenn du so ein Leben hast, dann bist du auch einfach froh, gerade mit niemandem reden zu müssen und die Stille zu genießen. Ihre Freizeit verbringt sie mit Musik hören, Klavierspielen oder Zeichnen. Du weißt doch, wie mein Leben aussieht. Gerade jetzt, fuhr Amira fort. Ich bin einfach froh, wenn mich keiner... Oh, da kriege ich schon Aggressionen, wenn mich irgendjemand anruft. Da werde ich schon sauer. Lasst mich einfach in Ruhe. Am liebsten würde ich einfach den Flugmodus reinmachen, schimpft sie. Nicht nur seelische, auch körperliche Beschwerden. Selbst ihrem Bruder antwortet sie manchmal nicht auf seine Nachrichten. Ja, ich habe auch einfach ab und zu keinen Bock. Sie sei gerade nicht so sozial, gab sie zu. Aber ihr Handy stehe momentan auch kaum still, seufzt Samira. Es sei nicht nur der Terminstress, sondern auch Leute, die mir irgendwelche Artikel schicken. So die 31-Jährige. Lasst mich in Ruhe. Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht hören. Der seelische Stress habe sich auch schon auf ihren Körper ausgewirkt. Sie sei wegen Beschwerden mit ihrem Magen auch schon beim Arzt gewesen. Sie habe deshalb nachts auch nicht schlafen können, schilderte Amira. Es ist schon sehr viel Unruhe. Auch das berufliche Fröhlichsein und Positivsein belastet sie momentan schwer. Ich bin froh, wenn ich jetzt eine Stunde nicht lachen muss, erklärt sie. Räumte aber auch ein, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht noch mehr zurückziehe, weil ich habe wirklich überhaupt kein soziales Umfeld mehr so richtig. Sie habe aber keine Kraft, gerade neue Gespräche anzufangen. Kraft schöpft sie derzeit vor allem aus lieben Nachrichten von Fans. Ein weiblicher Fan habe ihr etwa geschrieben, dass sie sie gerne umarmen möchte. Und dann lese ich das und denke mir, oh, das wäre jetzt schön. Über Umarmungen würde sie sich immer freuen, auch von fremden Leuten, so Amira, die ihre Fans abschließend ermutige, wenn ihr mich auf der Straße seht, umarmt mich einfach. Ein schwieriges Leben, die Dame. Ja, schauen wir gleich zum Wetter. Viel Sonne, aber kalt in der Früh, auch sehr frostig, morgen Mittwoch und dann auch streckenweise mit Klettergefahr. Also wieder aufpassen beim Autofahren. Im Süden strahlt auch meist schon am Anfang zwar die Sonne, nur in einzelnen Regionen ist es dann auch neblig. An der Nordseite der Alpen ist zunächst noch bewölkt und vom Unterintal ostwärts kann es auch leicht schneien. Bald aber ist es auch hier trocken und von Westen her wird es sonnig. Entlang und nördlich der Donau werden sich aber auch die Sonne dann wieder ein bisschen zeigen im Verlauf. Zum Beispiel auch die Wolken, die gesellen sich dazu. Und man sieht es ja auch von den Temperaturen. Es wird die nächsten Tage noch ziemlich kalt werden, überhaupt ab Freitag. Dann am Sonntag kommt dann doch die Sonne durch. Sie hat es geschafft. Wir haben es auch geschafft mit den Kronen News. Weiter geht es hier mit dem Sport. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.